Sie haben den ganzen Weg nach Frankreich auf sich genommen. Warum denn? Weil wir sehr großes Interesse daran haben, auch den französischen Bürgern zu sagen, dass bei uns die Möglichkeit besteht, jetzt im Obimarkt zu arbeiten. Welche Zielgruppe interessiert Sie? Uns interessiert vor allen Dingen die Jugendlichen, dass man hier sagen kann, dass eine Perspektive besteht, eine Ausbildung auch zu machen im OBI in Deutschland, in Kooperation dann mit französischer Schule. Können Sie vielleicht ein paar Worte zu Ihrer Firma sagen? Ja, also wir sind der OBI Heimwerkermarkt. Wir sind hier in Preissach Standort und unser Markt selber beschäftigt 60 Mitarbeiter. Jeder kennt den Baumarkt, Garten, also Heimwerkerbedarf und wir beschäftigen inzwischen schon viele französische Mitarbeiter. Und da wir einen sehr großen Kundenanteil aus dem Elsass haben, ist das sehr, sehr gut. Sind Sie zufrieden mit der Resonanz des Salons? Ja, also die Interesse ist sehr groß und ich denke, es ist auch sehr wichtig, dass man sich hier mal präsentieren kann und die Leute aktiv ansprechen kann. Möchten Sie noch etwas sagen? Ich hoffe, dass es nächstes Jahr auch wieder stattfindet und freue mich. Mit derzeit auf die wollen wir sie sichern. Sagen. Untertitelung des ZDF des ZDF,